Hier zum Video, darf ich gehen? Kannst du mich jetzt in den Titel schreiben? Halt die Schnauze an! Was geht ab, Freunde? Meine Damen und Herren, willkommen auf meinem Kanal, Freunde und ja, Freunde. Und heute jagen wir mit Can. Wenn mich ein paar Leute nicht kennen, ich habe auch einen YouTube-Kanal, ich heiße Canbro. Kannst du mich ganz oben verlinken? Das wäre echt nett. Nein, ganz oben. Ich brauche Abonnenten. Aber welchen denn? Canbro oder Canbro 2? Wie du willst, Bruder. Geht auch Canbro 3? Canbro 3 noch nicht. Alles klar, okay. Alles klar, okay. Also auf jeden Fall jagen wir heute Mbappi Info mit Can. Ich bin richtig sauer. Ich habe auch einen Pack opening, Bruder. Nicht mal einen Walkout für 100 Euro. Deswegen werde ich jetzt für ihn zwei Packs ziehen. Da wird jetzt direkt Walkout kommen und ich werde mich in meine Ecke verkriechen. Wenn das jetzt ein Walkout... Ich gehe nach Hause. Ich laufe nach Hause. Von Berlin nach Gladbeck. Ey, Buck, das ist non-Ready-Car. Auf meinem Kanal gibt es sowas nicht, Digga. Ich habe eine Idee. Buck, mach du mal. Wenn jetzt Walkout ist, Digga, ich gebe dir 50 Euro Cash. 50 Euro, ja. 50 Euro Cash. Ich habe sogar Angst gehabt. Weil bei dir ist das so ein Ding, das ist kein Dings, Alter. Ich bin ein Mac-Liner. Ich wünsche dir noch viel Spaß bei deinem Pack opening, Bruder. Ich bin damit nichts zu tun. Ich habe keinen Walkout, ich habe keinen Walkout mehr. Ich werde mich in meine Ecke verkriechen. Ich sage... Jungs, lass mal eine Wette machen. Wie viele Walkouts hinterher mir zu tun haben? Ich sage drei. Ich sage auch drei. Ich schwöre, ich sage auch drei. Ich sage eins, zwei... Okay, ich boche jetzt Ostern. Los, dann kommen wir nachher Ostern. Irgendwie machen wir weiter. Ostern ist auch wieder am Start. Was geht, Bro, Alter? Alles klar, bei dir? Bei mir ist auch alles klar. Ich fühle mich jetzt wie Jamballa. Bei mir ist auch alles klar. Was ist das? Aber na, oi. Ey, was sagst du, wie viele Walkouts du ziehst? Ein? Ein, safe. Oder was, dass du mit so Kisby bist? Ich meine, da habe ich es da. Warum sie hier steht... Mula. Innen im Gesicht her, schmieren ihr Puder. Ich werde anrufen, was du Beckhub machen kannst. Ja, 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 ja. Ich jogge. Ha, ha, ha. Kappel. Ha, ha. Kussku. Let's go. Oh, in Form. Da fahren wir mal gut an, Mensch. Ja, Wolski, Alter. Also auf jeden Fall so 10k, beziehungsweise Napoli. Das ist Ostbühne. Ostbühne kostet bestimmt so 20k. Im ersten Pack. Also, let's go, Alter. Oh, Junge, ich dachte so 30, 40k, Alter. Aufstoß, Alter. Egal. Wir haben besser als Can gezogen. Ganz gechillt. Ganz gechillt. Soll ich weiterziehen? Ja, läuft gut, Bruder. Zieh einfach. Wem jagen wir heute, Bruder? Maradona. Hey, Seco, warum habe ich so drei? In Form Mbappé, Bruder. Ich höre zu Mbappé, Digga. Ja, was willst du da? Ey, wenn ich was Gutes ziehe, Digga, wir machen Hälfte, Hälfte, ne, Seco? Was machen wir? Hälfte, Hälfte. Wie, Hälfte, Hälfte? Wenn ich was Gutes ziehe, Digga. Getir artık Volkot'u. Onu nasıl sevdin? Oh, patlattı baba. Ist nicht mehr FIFA kanal, sondern einfach müzik kanal oder so. Bruder, guck mal, ich habe immer noch kein Volkot. Was soll das? Let's go, I get you, Volkot! Adelane, oradan. Valla, es so nichts besonderes, Digga, dass du Volkot bist. Haydi be, haydi in Form Mbappé be. Haydi Mbappé. Gel baba artık be. Haydi Mbappé. Einfach Tomaten auf die Straße, Digga. Welches ist der Türkei-Tasche, Digga? Simit, 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 simit! Yo, yo, yo! Frankreich? Thorat? Ahbe Perin. Frankreich? Thorat? Er ist krass, Digga, er ist krass. Er kann spielen, Bruder. Kann er nicht? Chöpsen, Digga. Lass uns einmal freuen, ja. Einmal freuen, ja, einmal. Bock nicht, ja, er kickt gar nicht, Digga. Guck mal, macht jetzt auf, Digga, okay, mach. Portugal, Bruder, Ronaldo, Ronaldo. Oza, man! Seve, seve, checkersin! Baba! Let's go! Was ist das für ein Land? Wallah, was ist das für ein Land? Ich guck jetzt, Digga. Gambia, Digga. Gambia? Gambia, Bruder. Meinst du, er ist dumm? O otro? Arte, getär! L-L-D, bel ginned le bm. Ach, Carrasco. Carrasco. Boah. Da haben wir ein paar LEDs hier am Start und jetzt auch ganz gechillt mit Ansage. Wer ist das, Brudi? Oh, 40K, Bruder. Let's go. Let's go. Let's go. Pommes, Alter. Guck mal, was der kostet, Brudi. Guck mal, Bruder. Guck mal, Bruder. Jackson, er gönnt nicht, Mann. Ich gönne aber, ja. Ich gönne, Mann. Ich gönne, Mann. Ein World Cup. Katalog. Oh, World Cup, World Cup. Bitte. 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 In Form. In Form, Bruder. Bruder, nein. Bruder, mich, Allah. Ach, Bruder. Ach, Frankreich. Ach, Frankreich. Ach, Frankreich. Warum nicht Mbappé, Bruder? Warum nicht Mbappé, Bruder? Ach, Bruder. Bruder. Ey, Digger, ich glaube, das ist trotzdem mein... Bruder, ja. Warum nicht Mbappé, ja? Warte, 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 warte. Auge sein Vater. Mbappé hat die Wohnung. Genau, zurück. Wieder in Form. Wieder in Form. Argentinier. Ja, heu, yeah. Komm, ob Mbappé wird kommen, Bruder. Aber warte mal, warte mal. Beinmal hintereinander in Form. In Form plus in Form heißt... Mbappé in Form. Mbappé in Form. Pius, ich hab aber... ...Headback, der konzentriert mir. Natürlich Konzentration, Digger. Weil wir werden jetzt gleich... Ronaldo ziehen, Brudy. Brudy. Non-Ray, Brudy. Brudy jetzt, Brudy. Brudy jetzt. Fuchs, Brudy. Brudy jetzt. Fuchs, Brudy. Brudy back. Brudy kommt. Brudy kommt. Brudy. Brasilien, Brudy. ZTV, Brudy. Miranda. Miranda, Brudy. 85er. Schmeckt, Brudy. Wieder 20k. So, oder? Okay, 15k bestimmt. Aha. Aha. Ey, wie merkst du das? Aha. Spanien? ZTV. Ach, bär, ach, bär, ach, bär. Spanien kommt nie was los. Mein Gott, Digger. Ein Walkout, Brudy, ja. Let's go, Bro. Zwei... Wieder Spanien, ja. Wieder Spanien, Bruder, ja. Back das... Bruder, back ab mir, wenn ich jeder wäre. Wir wollen Paramani, komm schon, Mula. Das ist Inform, Brudy. Back, das ist Inform, Brudy. Das ist Schrott, Brudy. Halt, Mann, einmal Walkout, Bruder, ja. Vorhin war knapp, Bruder, wallah. Inform war am Start, Digger. Was willst du ziehen? Einen Spieler. Sag mal, wie du ziehen willst, dann zieh ich den. Okay, ich übertreibe jetzt nicht. Ja. Der Bräune, Bruder. Sag, der Bräune ist okay. Ich übertreibe jetzt nicht. Der Bräune 4.000. Ey, Bruder, der Bräune ist okay. Digger, der Bräune ist okay. Ich übertreibe jetzt nicht, 4.000 Coins. Okay, und jetzt kannst du einmal die Messleiche noch tiefer setzen. Okay. Ich übertreibe jetzt nicht, KMT, 3.000 Coins. Okay, Mane, Bruder. Was, Digger, Mane, 120k? Geht klar, Digger. Geht klar, ne? Ich hab nicht mal einspenden, der mehr als 50.000 Euro. Ich wollte schon mal 50.000 Coins sagen, Digger. Gerne. Eine Frage, ey, Digger, gut, dass du fragst. Aber gut, dass du fragen willst, ich muss dich auch was fragen. Aber nicht vor Kamera, Digger. Vor Kamera geht nicht, ne? Um was geht es denn so ungefähr, damit sich jeder so ein Bild machen kann? Ein ganz kleines Bild. Um eine Person, Digger. Um eine Person? Ja. In unserem Umfeld? Ja. Aber lass es nach der Kamera. Last Pack, komm, ich mach jetzt realistisch. Oh, was wird Last Pack? Ich mach jetzt realistisch. Ich ziehe jetzt eine Leinwand einfach, okay? Ein LED. Fünf Pack ziehst du. Nein, ich ziehe jetzt eine LED und dann lege ich mich hin. Genau jetzt ziehe ich eine LED. Nein, du ziehst noch fünf Stück. Ich ziehe jetzt eine LED. Oh, nein. Genau jetzt eine LED und dann gehe ich weg. LED, bitteschön, Jungs. Bitteschön. Ha! Ha! Geli. Ha! Ha! Barzakli. Spass, Puli. Oh, Jogginio ist aufgewert. Salamun alikum. Okay, bitteschön, Jungs. In meinem Video hab ich was gezogen, aber bitteschön. Ciao. Danke. Halt deine Schnauze. Schneid mal weiter hier. Nein, Bruder. Muss Walkout kommen, Digga. Diese Walkout, die ist das Ananas. Verstehst du, Puli? Was? Einfach 82. Digga, der kostet auch was, ja? Wir sind nicht verloren, Digga. Hä, Digga? Wenn du nicht gespeichert hast, ist das natürlich weg. Was für eine Frage ist das denn? Gib doch mal irgendwas. Reicht doch langsam, Puli. Alter, du Schrottkarten. Den ist schnauze, dein Fachmann. Lass uns mal hier weiter Packs hin, Digga. Hey, Digga. Let's go, Bro. L.A.D.B. Sambo, Digga. Sambo. Sambo Anguiza. Wallah, was soll das, Bruder? Dann verpiss dich doch, Digga. Alter, ganz leicht hier. Alter, ich hab doch meinen Job schon getan. Halt die Schnauze. Was hast du denn gemacht? Was hast du denn gemacht? Fing Bukas Ton, Alter. Er hat sein Gesicht einmal kurz gezeigt, Digga. Keine gute Hirschchen, Digga. Hey, Digga, nimm Sambo Anguiza. Am Nimm Bär, du komm Nimm Bär. Ich geh so joggen, Digga. Und da waren da so Kinder, so 13, 14 Jahre alt, Digga. Dann so, ey, ey, bist du nicht der von Dings und so? Warte. Nicht. Ey, bist du nicht der von Jans Video und so? So, ja. Wie war's nochmal von euch? Gestern ich geh so joggen, ne? Ja. Warte mal, da sind so Kinder vor der Haustür bei mir, so 13, 14 Jahre alt. Sie haben so, ey, ist das nicht der von Jans Video und so was? Haben die Jans Brokes gesagt? Ja. Ja, so Jans Brokes Video. Er wollte noch ein bisschen, ich hab, ne? Dann so, dann so, ich, ich guck nach hinten, so, ey, und so, die ist das? Dann so, ey, bist du nicht der Farspieler, die ist das? So, ja, und so, so, oh, voll cool und so. Haben du dich mitgemacht? Hä? Haben du dich mitgemacht? Nein, Digga. Oh, wie, äh, wie da sag ich hier? Arturo Vidal. Arturo Vidal, Alter. Auf jeden Fall, die meinten dann so, was? Du bist mit Jans Broke und so, denkst, wie ist das? Bock war so, weiß ich nicht. Ah, sagst du, nein, nein, nein. Nein, ich weiß nicht, Digga, das war 13 Jahre alt, Digga. Ja, aber mein 10er Sitz, ey, das, Digga. Weiß, was gestern anpassiert ist? Nein, du wolltest mir die Bestätigung einfach nicht geben. Deine Arte Käst. Arte Evlenbe Seko. Sag, Leute, in deinem Alter haben schon drei Kinder, Digga. Was machst du eigentlich die Pekko, bin ich? Digga, lass mich mal ziehen, Alter. Das ist mir die Lieblingsdreck, Mann, ja. Leute, in deinem Alter haben schon drei Kinder, er macht Pekko. Ey, welche Düse an Mietest du eigentlich bei den Aufzeiten, Digga? Digga, lass mich schon mal wieder beenden, Digga, ja. Gloria? Gloria, oder wo? Halt einfach deine verfickte Fresse, Rudi. Wunder, mit 100 Euro könntest du eigentlich drei, vier Wochen deine Kinder ernähren. Ey, 100 Euro könntest du mit deiner Frau was schönes Essen gesagt, extra. Wallah, Wallah, verdreffend. Ey, 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 alles krass, Digga. Ey, Digga, alles krass, Digga. Eine Pampers-Packung. Ey, oder? Ja, Bruder. Früher als Kind musstet ihr auch so fünf Euro sammeln, damit ihr euch Milch bestellen könnt. Ja, 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 Wallah, Wallah, ja. Nein, sieh die Pekko, die Kinder können nicht mehr kaufen. Das ist so schlecht, Digga. Bruder, halt einfach deine verfickte Fresse und schneide mal deinem Video, Alter. Mein Gott. Digga, was für Lechwitze, Alter. Wallah, was für Lechwitze, richtig Wottwitze, Alter. So, Jungs, das war es mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ja, die Daumen nach oben. Checkt nochmal Ostern ab, seinen Twitch, seinen Instagram, nochmal Jans Video, ja unten in dem Videobeschreibung, Verlink, checkt es nochmal ab, der hat einfach nichts gesagt, einfach scheiße, okay? Hallo, ist da die Kindergeldkasse? Ähm, hier ist gerade ein Familienvater, er hat gerade sein ganzes Kindergeld von seinen Kindern in Pexen. Wir sehen uns, ciao.